Herzlich willkommen zu einem ganz neuen Teil Way of the Hunter mal wieder. Und jetzt nach dem Update, wo im Prinzip die schlechte Performance im Wald gefixt wurde und ja, das richtige Alter, wenn der an den Tieren dran steht, will ich es nochmal testen. Ich guck's mir nochmal an. Vorher war es für mich unspielbar und streambar. Ich fand's einfach schlecht. Aber jetzt nach dem Update, wir gucken mal, was sich so geändert hat, ob sich was verbessert hat. Und ja, viel Spaß im Video. Let's go! Habe ich schon mal gesagt, wie geil ich das finde, dass ich das freigestaltet habe, dass ich einfach beim Rennen den Jagdsinn anbehalten kann. Das ist mega gut. Ja, das kommt davon, wenn man in zwölf Stunden nicht immer das Auto nimmt, um überall hinzufahren, sondern auch mal streckend zu Fuß läuft. Warum gucken die alle in meine Richtung? Wird ihr doof? Den da vorne, den brauchen wir auf jeden Fall. Der ist ausgewachsen und hat einen Stern. Der muss raus. Ich hab falsch genullt. Ich muss erst wieder reinkommen. Egal, ich glaube, das war trotzdem gut. Nein. Er rennt auch nicht weg, ne? Die Frechheit, dass du nicht wegkommst. Okay. Du hast aber Glück gehabt. Ich sollte gerade auf dich schießen. Ich finde die Blutspur nicht mehr. Ey, die Fasane, die haben echt keinen Respekt vor mir. Das war bestimmt zu viel. Ja. Oh, doch. Jagdwertung? Ich kann Fasane mit dem Ding schießen? Okay. Cool. Ich kann Fasane damit schießen. Na top, dann schießen wir jetzt auf Fasane. Also mit auf Fasane. Schön. Mit die Blutspur von dem Hirsch nicht mehr. Mal sehen, was ich machen soll. Hier sind Fasane. Jetzt soll Notschießigkeit auf Fasane haben. Ist mir egal. Wenn die Hirsche heute nicht wollen. Wie konntest du noch losfliegen, Digga? Wie konntest du noch losfliegen? Was machst du da? Was machst du da eigentlich? Sterben. Okay. Jetzt. Okay. Der... Okay, der erste Schuss hat ihn überhaupt nicht interessiert. Okay, cool. Du bist Kugelsicher, Digga. Und der zweite dann aber schon. Ja, ich guck mal weiter. Also irgendwie... Weiß ich nicht. Der eine Hirsch da, der hat mich anscheinend krass gedodgt. Es kann auch sein, dass, wie gesagt, ich habe ja die Nullung falsch gemacht. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Ah, das war, glaube ich, nichts. Könntet ihr mir jetzt hier einen Rücken reinprügeln? Aber da bin ich mir halt nicht so sicher. Ist auf jeden Fall nicht so... Nicht so sauber. Jetzt hör auf, in den Busch zu verschwinden. Hör auf! Sitzplatz! Aus! Freundchen! So. Ja, ja, ja. Du bist alarmiert. Jetzt müssen wir schnell agieren. So, wir müssen auf 100 Meter nullern. Und... Das sah gut aus. So, das ist doch mal ein schöner, saftiger Blutfleck. Viel Blut. Das ist eine Spur, die man sehr leicht verfolgen kann. Top. Fehlt mir. So. Doppel-Lunge. Top. Jagdbewertung... Jagdwertung 5 Sterne. Trophäenwertung 1 Stern. Hatte 38,9. Der musste raus. Der musste raus. Falls ihr euch nochmal alle Abschlüsse aus den Streams oder den YouTube-Videos angucken wollt, kommt bitte auf meinen Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und... Im Channel Erlegtes poste ich alle Stream-Abschlüsse, alle Video-Abschlüsse. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren. Ja, sehr gut. Den haben wir erwischt. Aber den haben wir ganz gut... Ah, es war ein Weibchen. Okay, alles klar. Habe ich von Weitem gar nicht so gesehen, dass es ein Weibchen ist. Jagdwertung 5 Sterne. Also ich kann... Ich bin kein großer Flinten-Fan. Außer bei Enten. Aber mit dem Gewehr, das ich jetzt dabei habe, kann ich tatsächlich Fasan am Boden mit Gewehr schießen. Und das gefällt mir. Das gefällt mir, meine Freunde. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Guck mal hier. Er würde gerade losfliegen. Zack. In seine hässliche Brust. Digga, wo ist der denn? Da. Erwischt. In sein... Er ist geschossen. Top. Jedoch, da macht mir die Fasanenjagd mehr Spaß, als mit der Flinte. Er ist jung. Ich bin so glücklich, dass das wieder funktioniert. Als sie das kaputt gefixt hatten, wirklich... Ich dachte, das kann nicht wahr sein. So was Wichtiges in dem Game. Die Anzeige, wie alt das Tier ist. Also ob das ein Jungtier ist oder nicht. Das ist so wichtig. Kann ich nicht verstehen, wie man das... Wie man da ein Update rausbringt, ohne es vorher gecheckt zu haben, ob das funktioniert oder nicht. Also, das muss auch schrecklich sein, ne? Du lädst so ein... Machst so ein Update klar und sagst so, jo, jetzt haben wir zumindest so ein paar Sachen gefixt, ne? Lädst das hoch und die ersten Rezessionen kommen rein. Von wegen, was habt ihr da für Scheiße programmiert? Digga. Ah, ich bin mir bei Vapiti ist nicht so sicher. Die sind halt extrem... In diesem Spiel sind die extrem auf Geräusche aus, ne? Also die hören ein sehr, sehr schnell von ziemlich weiter Entfernung. Weiß ich nicht. Ich würde jetzt gern mal versuchen, mit der ProHunter 2 zumindest mal zu aimen, um zu sehen, ob ich mit der... Das ist halt weiß, ne? Wir probieren es aus. Wir probieren es einfach aus. Die waren ja alle ziemlich gleich. Also da war jetzt keiner dabei, der wirklich ausgewachsen war. Aber erwachsen zumindest mit einem Stern ist auch okay. Die können wir auch ausknallen. So, wir haben hier zumindest schon mal mittlere Menge Blut, Luftblasen, rosa. Und hier geht unsere Blutschuhe entlang. Top, Leute. Top. Linker Lungenflügel. In einem besseren Winkel hätte ich auch noch den rechten Lungenflügel durchstochen, würde ich sagen. Oder zumindest hätte ich dafür gesorgt, dass die Kugel drin stecken. Ja, die ist drin stecken geblieben. Ja, schön. Fünferwertung. Gar kein Problem, auf 200 Meter mit der ProHunter 2 auf dem Vapiti zu schießen. Gar kein Problem. Läuft. Das war auch nur ein Versuch, ne? Also, äh... Weil ich ja beim letzten Mal, bei meinem letzten Video, wo ich tatsächlich Gameplay gemacht habe, habe ich ja auch durch die Kommentare gemerkt, die Waffenstufe, die man sich da besorgt in dem Spiel, ist nicht alles. Das ist nicht alles. Denn, äh, ihr könnt natürlich, äh, es ist eine grobe Orientierung natürlich, aber ihr könnt natürlich auch mit, äh, viel zu hoher, äh, Energie auf ein Tier schießen. Das heißt, zu wenig Abstand, zu hohes Kaliber, äh, zu großes Kaliber und so. Und dann kann da, kann die Waffe zwar die gleiche Waffenstufe haben, wie das Tier zu jagen sein soll, aber, äh, das Tier kriegt dann trotzdem nur vier von fünf Sternen Jagdbewertung, weil ihr einfach zu große Löcher reingeschossen habt. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb habe ich einfach mal versucht, der ProHunter 2 jetzt auf einen Stufe 5 Tier zu schießen. Und war Peti. Und, äh, ja, es hat funktioniert. Also, irgendwer hat auch geschrieben, das habe ich jetzt zwar noch nicht ganz bestätigen können, weil ich es noch nicht gesehen habe, aber, äh, wenn ihr mit der Waffe unterwegs seid, und im Zielfernrohr seid, dann seht ihr oben rechts die Entfernung. Das könnt ihr dann nochmal abschätzen. Also jetzt bei mir gerade 27, 28, 29, 26, 27 Meter. Äh, und daneben die Joulezahl an Energie, wenn das Geschoss an der Stelle eintritt. Und das verfärbt sich wohl. Diese Anzeige der Energie verfärbt sich wohl. Und, äh, anhand dieser Verfärbung kann man wohl dann sehen, ob man gerade gut schießt oder nicht. Also ich muss, äh, muss sagen, ich habe heute schon, äh, mit einer gelben Anzeige auf Tiere geschossen. Die haben eine 5er, 5er Jagdwertung. Und eben gerade das war Peti, hatte eine weiße Anzeige. Äh, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Und dann halt die richtige Stelle am Tier treffen, ne? Aber wenn man so in die Lungenseite rein schießt, hast du ja eben gesehen, auf 200 Meter, überhaupt gar kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. Ich muss aber auch gestehen, dass ich bisher bei Petis nie so, äh, kontrolliert geschossen habe. Also, so schön am Waldrand da stehen, habe ich die noch nicht gesehen, ne? Also entweder standen die mitten im Wald, und ich habe die verjagt durch, durch zu laute Geräusche und so. Ja, gucken wir uns an. Ja, schön Doppelunge. Fünf-Sterne-Jagd-Bewertung. Top. Also zurzeit kann ich nichts von, äh, den alten Bugs berichten, also zumindest den Hardcore-Bugs. Also hier Performance-Probleme im Wald haben wir auf jeden Fall gar nicht. Und das richtige Alter scheint auch wieder an den Tieren dran zu stehen. Das ist auch nicht das Problem. Ich könnte ja wieder das, ich könnte ja wieder das Thema in den Raum werfen, wisst ihr was? Also ich, ich kaufe ja, wenn, äh, wenn wir Fleisch kaufen, kaufen wir halt viel Bio, also wir versuchen halt Bio-Fleisch dann zu kaufen. Bio-Wurst, bla, ne? So. Und, äh, da gibt es einen kleinen Punkt, den ich an der ganzen Sache nicht verstehe. Vielleicht gibt es jemanden, der mir das vielleicht ein bisschen, also es haben schon viele Leute versucht, mir das logisch zu erklären, und konnten das aber nicht wirklich. Weil die erst mal auch erstaunt über den Fakt war, den ich, äh, den ich erst mal offen gelegt hab. Also pass auf. Was ich verstehe ist, äh, ihr kauft eine Bio-Hähnchenbrust, ne? Also so ein zweier Pack, ne? Zack. Äh, die hat ungefähr, also die Packung hat ungefähr, äh, ein Fleischgewicht von 300 Gramm. Das heißt, eine Brust hat 150 Gramm. Ähm, kauft ihr nicht Bio, äh, hat eine Brust in der Packung, 300 Gramm. Wisst ihr, was ich meine? Also die, die Brust ist doppelt so groß. Das verstehe ich, weil, ähm, weil natürlich dieses Bio-Huhn nicht auf so Masse gezüchtet ist, ne? Das hat kein Mast-Tunis. Da verstehe ich das bei der, äh, bei der, äh, bei der Brust, ne? Aber, was ich nicht verstehen kann... Er ist nicht weggeflogen. Das verstehe ich auch nicht. Aber, na gut. Was ich nicht verstehen kann, ist die Packung Rinderhack Bio. Die Packung Rinderhack Bio verwirrt mich extrem. Weil, ihr wisst ja alle, was ne, was ne nicht-Bio-Rinderhack-Packung angewicht hat. 500 Gramm. 500 Gramm Hack ist ne genormte Größe für Rezepte, für was auch immer. Also das, du kriegst halt, wenn du Hack kaufst, kriegst du das in ne 500 Gramm Packung. Kaufst du jetzt aber ne Packung Rinderhack Bio, hat die Packung 300 Gramm. Warum? 300 Gramm, 400 Gramm. Ich hab noch nie ne 500 Gramm Bio-Packung gesehen. Und das verwirrt mich. Ich frage mich, warum? So. Schöner Treffer. Meinst du, das hat nur was mit dem Preis zu tun? Weil das, also ich, es heißt ja nicht unbedingt, äh, ich kaufe jetzt oder esse bewusst, bewusster Fleisch. Heißt ja nicht, ich esse weniger, also das heißt ja nicht automatisch, ich esse weniger Fleisch. Für die meisten Leute schon, ja. Aber ich möchte, also wenn ich jetzt gutes Fleisch kaufe, möchte ich dann auch die gleiche Menge kaufen, wie wenn ich kein gutes Fleisch kaufe. und so ne 300 Gramm Packung, äh, Rinderhack, äh, versaut mir halt vollkommen das Rezept. Dann muss ich ja zwei Packungen kaufen. Und dann hab ich 100 Gramm übrig. Dann esse ich ja mehr Fleisch, als ich, als ich vorher gegessen hab. Also, das ist halt die Erkenntnis, die mich schockiert. Oder wütend macht auch, weil bewusst, also bewusst gutes Fleisch zu kaufen, heißt für mich nicht gleich weniger zu kaufen. Klar könnte das jetzt auch am Preis liegen, aber das macht für mich irgendwie, also macht irgendwie für mich alles keinen Sinn. Das ist ein sehr undurchdachtes Konzept. Ja, äh, aber ihr wisst ja schon, was ich meine, ne? Also es ist halt ein verwirrendes Problem, äh, was mir aufgefallen ist. Schön, schönes Ding. So, oh, schön. Oh ne, Herztreffer. Ich hab ein paar Sahnen durchs Herz getroffen. Top. Aber nur weil das halt, weil es halt so teuer aussieht für 500 Gramm, finde ich es einfach, macht es für mich keinen Sinn, einfach eine Packung zu machen mit 300 Gramm, in der Hoffnung, dass die Leute denken, es sind 500 Gramm, den Preis sehen und sich sagen, okay, Bio geht ja, vom Preis, kauf ich. Und dann zu Hause feststellen, Leute, das sind ja gar keine, für mein Rezept passt das ja gar nicht. Oh, was haben wir hier? Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt schlecht. Also ich, ich, der in den Laden geht und lesen kann, frage mich, warum soll ich jetzt 600 Gramm Hack kaufen, weil ich, äh, Hack brauche für mein 500 Gramm Rezept. es nervt. Wisst ihr, was ich meine? Es nervt. Oder man muss tatsächlich dann an die Theke gehen und das da kaufen dann, aber wenn ich jetzt nur mal schnell in Lidl fahre, weil ich mir eine Lasagne machen möchte, da gibt es nun mal keine Theke, aber da gibt es Bio-Hack. Aber 300 Gramm Packung. Erwischt. Könnte sich nicht von mir verstecken. Niemand kann das. So. Bekommst du volle Jagdwertung ohne Schrotflinte auf den Fasaden. Volle Jagdwertung. Und ich finde das ein, ich finde das ein besseres Schießen auf Fasane. Ich finde das sehr, sehr viel angenehmer. Macht das gern. Weil die halt auch nicht fliehen und ich die schön im Gras dann abschießen kann. Weil ich auch weiß dann, also, weil ich die natürlich auch mit einem Schuss lege. Bei der Schrotflinte weißt du nie, vielleicht schneidest du den Fasaden nur an und der kriegt nur, wenn du falsch zielst, so drei, vier Schrotpatronen rein oder sowas, fliegt nochmal weg. Aber bei der Waffe hier, wenn du direkt den roten Punkt in der Mitte des Fasaden hast, dann, weil ich auch halt mit Visier schießen kann. Auf die Schrotflinten kriege ich, glaube ich, nur einen Rotpunkt drauf oder sowas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da überhaupt was geht. Und da finde ich es hier halt sehr, sehr viel angenehmer, mit einem richtigen Gewehr drauf zu schießen. Kann natürlich sein, dass ich fünf Meter vor dem Fasaden den mit dem Gewehr auch nicht schießen kann, weil es so viel Wurms hat. Aber bis jetzt ging alles gut. Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser kleinen, aber feinen Folge Way of the Hunter hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben etliche Fasaden geschossen. Ich habe eine Waffe gefunden, mit der ich Fasaden schießen kann mit einer Jagdwertung von fünf. Also ohne, dass ich eine Schrotflinte und eine Flinte nehmen muss und das ist für mich viel, viel, ja, viel, viel besser. Mega satisfying. Schrotflinte bin ich nicht so ein Fan von, aber die Waffe ist mega gut und wir haben ein bisschen Herrenpflege betrieben. Ich habe leider meine Quest, die fünf Meuthierische mit einem Fintiswert unter 40 erwachsen oder alt zu schießen. Leider noch nicht erledigt. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, ich wünsche euch nochmal ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.